Das Soft-Opening des neuen LASK-Stadions endet mit einem Sieg. Vor einer einmaligen Kulisse durfte die Frauenmannschaft des LASK am Sonntag ein Testspiel gegen die SU Geritzberg im neuen Stadion bestreiten. Neben dem 4-1-Sieg feierten die Linzerinnen außerdem den geknackten Zuschauer-Rekord im österreichischen Frauen-Klub-Fußball. Denn mit den rund 3.500 anwesenden Zuschauern wurden die 2.800 Fans übertroffen, die im vergangenen Jahr beim Heimspiel des SK in St. Pölten gegen AS Roma in der Women's Champions League anwesend waren. Am Freitag folgt dann die offizielle Eröffnung der Raiffeisen Arena beim Bundesligaspiel zwischen dem LASK und dem SC Austria-Dustenau.